Also ich bin was am Anfang. Hier die Wiederholung von davor. Hier ist der Sieg auf jeden Fall. Ich bin gestoppt, dann haben die zwei den Sieg geholt. Also auf jeden Fall ein Sieg. Da hatte ich nur zwei Kills. Hier, heute wird zuerst mal ich. Also ich habe die Hälfte gegangen. Die Fosse. Ich bin auf den Hälfte gegangen und dann bin ich in den Uhrenturm gegangen. Dann habe ich die Tür geöffnet und die waren in den Zeitsprings. Hier, zack. Ich habe auch noch einen Knit geholt. Ich bin gestorben. Direkt auf Berufssuper. Nein, er ist auf Abu Dhabi, der auch dabei war. Wie lange? Es geht ungefähr 17 Minuten. Ja. Sorry. Ich bin gestorben. Nö ne 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 ne? Sow! Wor 넣고 Hey, what? Bruder, diese Kamera, ja? Das ist ja eine Scheiße. Okay, einfach, warte. Einfach vorspulen. Muss ich jetzt gar nicht. Vorspulen. Wo bin ich jetzt? Da, Leute. Ist der Bulli lieber so? Das ist ja auf jeden Fall. Den Köln. Geht er, wow. Ein Hit auf jeden Fall. Der Puschen. Er hat ihn auf jeden Fall. Das ist super. Die letzten drei. Das ist sehr wichtig, okay? Er hat er, wie ist er? Sie haben es, ich hab ich hier. Das ist ja, ich hab ich hier. Das ist ja, ich hab ich hier. Das war's für heute. Und dann hat der Gegner... ...bekommen. Ist der Gefallen? Ja, bin ich grad. Ja. Ja, gleich. Ich mach grad ein Video. Der letzte Gegner. So hab ich ihn in den Fallschirm bekommen. Der Gegner war da. Ja. Kannst du tanzen? Nein, gleich. Da, den Sieg. Warte. 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 Die Zone. Feige hat er bekommen. Dann boom. Baa hat er Bulli hingekillt. epischer sieg und so schien sie geholt und diese sieg war keine ahnung und ja